Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Kirby, Nightmare in Dreamland. Wir spielen weiter auf unserer Datei 3 in Welt 6, dem Ozaft-Ozean. Äh, ja, fangen wir einfach an, und zwar in Welt 6 mit zwei ganzen Leben. Ah! Die wir auch definitiv brauchen. Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Das wird sowas von... Ah! Wow! Fail! Denn der kleine Wubbelwubbel-Dubbel-Kirby will mich doch eh wieder ärgern. Oh Gott! Heute ist das Glück auf meiner Seite, wie mir scheint. So. Ihr geht mal alle sterben. Ja, ungefähr so. Raus hier. Okay. Passt. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Hoch. Okay, hoch. Ach du! Ah! Ich habe mir das überlegt. Ich will doch nicht mehr. Ich will doch nicht mehr. Nein! Ah! Heute mal auf hier rumzuspasten. Au! 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 Ah! Oh mein Gott, sie hassen mich. Okay, wir sind tot. Verdammt! Huch! Ja! Das war nett. Danke. Bleib mir doch mal zwischen denen. Ah! Nein! Okay, einer ist tot. Ein Problem weniger. Los, gib mir eine Bombe! Und stirb! Ja! Wir haben das Inferno. Und ein Unbesieg bek expands Lolly. Ich will hier raus! Sehr schön! Dann raus hier! Was? Was? Ah! What the hell? Okay! Komm! Bam! Hab dich! Oh komm, das war unfair! Und hoppsa! Nein, irgendwie klappt das hier nicht. Ach komm, dann schluck ich's halt einfach runter. Und... Versuch... Ah! Was? Nein! Das ist nicht fair! Das ist unfair! Das ist unfair! Das ist... Oh! Oh! Man! Okay! Du 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 du... What the hell! Komm mal her hier! Das ist so unfair! So. Dich noch? Dich noch? Können wir nicht einfach essen? Oh. Gegessen. So. Wuhu. Wirklichen, wirklichen. Ja, wirklichen. Wir haben es geschafft. Wir sind super, wir sind pink, klein, knutschig und einfach nur rund. Und gehen geschwächt in den Endkampf. Schnappst du? Ja, wie denn? Ah. Okay. Au. Au. Das war böses Foul. Aber, äh. Ja. Wir haben Gott sei Dank vor dem Endkampf sozusagen gespeichert und komm, mein Kleiner. Ab in den Oza-Ozeanen, auch wenn unsere Punkte katastrophal aussehen. Komm, geh sterben. Wuhu. Wuhu. Jao. Hab ich dich. Ähm. Wir haben den Weltenlobby. Tup 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 tup. Welt 6 ist abgehakt. Und die kleinen Käris tanzen. Und, äh. Ja. Wir sind in der Aurora-Allee. Und da sieht alles so bunt aus. Und ganz, ganz freundlich und glücklich. Und, äh. Ich glaube nicht, dass es glücklich und freundlich ist. Aber man darf ja hoffentlich noch träumen. Äh. Es ist auf jeden Fall schon wieder rutschig und butschig. Und, ach man. Das ist nicht nett. Deswegen einfach durch und mal schauen. Bam. Wuhu. Das war Fail. Das auch. Ignorieren wir das Leben. Gehen wir hier raus. Wuhu. 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 Okay. Wir haben Feuer. Wir sind ein Drache. Oder sowas. Leck kommt, Herr Mänischätzchens. Ja, leck kommt. Ja, na, fein. Und hoch nach oben. Einmal kurz dieses Ich-mach-mich-mal-gesund-Trink holen. Der mir irgendwie nur noch ein Leben gibt. Wow. Das war voll so ein Hyperaktivitäts-Vieh. Und hab. Ah. Gott, oh Gott. So. Feuer. Und weg hier. Oh Gott. Hallo. Chillt doch mal. Rennen wir weg. Rennen wir. Sterben wir. Bam, bam. Also, äh, 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 die Wegrenn-Idee kam ein bisschen zu spät. Aber immerhin, sie kam. Und wenn auch... Drücke an. Wir fliegen auf Räckchen 5. Ich komme irgendwie nicht mehr hoch. Ich kam einmal bis hoch und jetzt kommt es irgendwie nicht mehr. Kriegen dafür über 300 Punkte. Warum auch nicht. Und haben die Welt 1 der Aurora-Allee geschafft. Also einmal ein Fähnchen setzen und bitte direkt in die nächste Welt. Die ist schon wieder diese Bummsi-Bumms. Boah. Ihr seid so nervig. Das glaubt ihr gar nicht. Au, du hast mir wehgetan. Drecksack. Das ist echt... Ah. Los. Wehe. Spring mich nicht immer an. Ich will dich nicht. Ich will mit dir keinen Spaß haben. Nee, du springst mich nochmal an. Aber das war irgendwie ein viel leichterer Boss. Bam. Du bist tot. Und wir holen uns wieder das Inferno. Falls mal wieder was Wichtiges ansteht. Zum Beispiel der Boss. Wow. Au. Ach, Mann. Na komm. Bam. Er ist tot. Und wir holen uns natürlich den Meister. Fähigkeit Popstar. Weiter geht's. Nächste Treppe. Nächstes Glück. Äh, ja. Nein. Das wollte ich nicht. BAM. Auch ihr ist tot. Also, so klingt das ganz gut. Wir sind jetzt... Frosty, Frosty, Kirby. Kirby in einem kleinen blauen Pelzmäntelchen. Und ich muss wahrscheinlich mal niesen. Okay, der Affe mag mich nicht. Los, Affe. Gebt mir eine Kokosnuss. Wuhu. Wamba. Renn auf mich zu, Affe. Komm. 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 Braves Vieh. Huch. Huch. Komm her, mein Kleiner. Gebt mir eine Kokosnuss. Und Rumba. Yay. Na komm. Renn auf mich zu. Ach, verdammt. Das war schade. Und er ist tot. Und wir holen uns den Hammer. Ja. Let's go. Ab zum nächsten Türchen. Mal schauen, was uns hier erwartet. Eli. Der kleine Elefant. Der eigentlich total furchtbar als Gegner ist. Und uns umbringt. Hey. Okay. Zurück zu Eli, dem kleinen Elefanten. Eli. Gib mir eine Special-Fähigkeit. Der Elefant will spielen. Das war gemein. Rollst du bitte gegen die Wand. Danke. Bam. Wuhu. Eli, du kleiner Elefant. Gib mir bitte einen Apfel. Bam, bam, bam. Wow. Der wollte mich anhüpfen. Bam. Und schlägt seine Eli ist tot. Wir saugen ihn ein und erhalten den Wurst. Los, weiter geht's. Und ab nach oben. Oh, gegen den... Gegen die Mistzecke. Wuhu, oh Gott, oh Gotti Gott. Hey. Ich hab was gegen Zecken. Und schon gar was gegen Zecken, die aussehen wie Mistkäfer. Gegen die hab ich ganz besonders was. Gegen fliegende Mistkäfer, hast recht. Das ist immer so, by the way. Wow. Wow. Okay. Wuhu. Gott. Das war jetzt echt erschreckend. Und er ist tot. Und wir saugen uns Zecken den Mistkäfer ein. Und erhalten Knockout. Endlich mal eine Fähigkeit, ganz nach meinem Geschmack. Wie viele Töhnchen haben wir denn hier noch? Ah. Gut. Das ist schon mal Fail. Den hab ich gehasst? Komm her. Komm. Spring, mein Schatz. Warum? Ah. Ich hasse dich. Leute, ihr wisst, wie lange an dem Löwen gesessen haben. Und wie ewig das gedauert hat. Sehr gut. So klappt das. So kriegen wir das hin. So müssen wir das einfach hinbekommen. Los. Nein, verdammt. Wie gemein. Ich dachte jetzt echt, der Stern spawnt rechts. Tate aber nicht. Mann. Okay, nochmal. Los. Na, nicht so. Du sollst... ...nach mir hüpfen. Sehr gut. So. Los. Noch einmal. Hüpf nach mir. Hüpf nach mir. Hüpf nach mir. Au. Ohne mir weh zu tun. Nur hüpfen. Nicht Aua tun. Du Urrer. Ja. Und wir erhalten... ...Foierball. Okay. Schwimmen wir nach oben. Und haben unseren Transporter-Stern. Wuhu. Ab durch die Aurora-Allee. Wohin auch immer uns der Stern bringen mag. Aber definitiv bringt ihr uns irgendwo hin, wo es Leben gibt. Und das war Welt 1 in der Aurora-Allee. Wir drücken A und, 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 und landen auf Plattformchen 4. Immerhin. Besser als gar nicht. Gut. Das war Welt 2 sogar schon. Dann schauen wir mal kurz auf die Uhr. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut. Ich bin das Blatt-Clady. Das war's von Kirby. Bis später. Ciao.